Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Dieses Mal geht es heute um Roblox Stores, denn es gibt einen neuen Jumpscare. Ich bin sehr gespannt und freut mich immer natürlich wieder Robux-Verlosung. Ihr wisst ja, wie es ist, immer wenn Roblox Stores kommen. Natürlich auch. Erstmal Like da lassen. Auch die Leute, die das hier als Video sehen, gerade ihr, müsst einen fetten Like da lassen. Und ich warte gerade darauf, endlich mal den Server zu connecten, aber das haut hier irgendwie nicht hin. Ich weiß noch nicht, was hier passiert ist, aber ist okay. Ich mache jetzt erstmal kurz den Schotten hier dicht oder was. Ich werde mir, denke ich, mal ein paar Robux gönnen. Aus der Gruppe. Wir brauchen die heute mal. Oh Junge, wir haben schon wieder 9000 Neue. Oh, das ist auch schon wieder wild, ey. So, ich haue mal 500 selber rein. Und dann lasse ich natürlich gleich nochmal wieder an euch ein paar raus. Ganz entspannt. Wir machen dieses Mal nicht sofort am Anfang eine, sondern erst, wenn ich auf dem Server drauf bin. Darian Musial Muslier. Dankeschön für einen Euro. Das war dein erster Super-Chat überhaupt. Freue ich mich natürlich. Und schön, dass du am Start bist. Ähm, was ist jetzt hier los mit Privatserver? Was ist los? Was ist los? Brudi, muss rein. Lass mich Privatserver jetzt endlich! Pfff, pfff, pfff. Leo, Dankeschön. Nochmal mit 2 Euro. Ich kam eben nochmal rein. So, wir sind drin. Perfekt. Also, Freunde. Alles entspawnt. Seid ihr ready oder was? Wir gehen in den Hardcore-Mod rein, ne? Lass mal rein jetzt hier. Let's go! Like nicht vergessen. Dicken, fetten Daumen nach oben schallern. Und jetzt gehen wir in. Der, ich bin heiß. Bin heiß. Noch mehr trinken. Noch mehr trinken. Noch mehr. Oha, Digga, wir sind schon drin. Junge, das ging ja schnell dieses Mal. Finde ich ja auch gut irgendwo. Dankeschön, äh, Dors, dass wir jetzt direkt drin sind. Meine Freunde, wir werden heute den Jumpscare von Bob mal ganz tief auseinandernehmen. So. Items habe ich. Ich habe sieben Leben, wie man sehen kann. Ähm, ich habe sieben Leben. Und ich habe 3763 Knöpfe noch. Habe ich brutal gegrindet. So. Bevor wir jetzt einmal reingehen. Ey, sorry. Ich rülp's gerade übel. Ähm. Äh, das war ein Huster. Das war ein Huster, Leute. Das war ein Huster. So. Wir machen ein paar Auszahlungen kurz rein, ne? Let's go. Seid ihr bereit? Namen rein. Wer ist schon in der Gruppe? Ich erkläre es nochmal für die Leute, die das erste Mal im Live dabei sind. Herzlich willkommen. Schön, dass du das erste Mal in meinem Livestream bist. Wir machen das immer so. Alle Leute, die in der Gruppe Team Denomy sind in Roblox, die bekommen Robux. Also, ja, nicht jeder. Ihr müsst natürlich die Streams dabei sein. Aber ihr seht schon in den Chat. Digga, die schreiben hier schon alle ihre Namen rein. Das ist so absoluter Standard-Move. Ähm, ja, lass ein paar Robux raushauen, oder? Wollen wir machen? Wollen wir machen? Äh, Daniel 2, 15, äh, 1T. Dev Daniel. Junge, Dev ist... Oha. Bruder, wir haben Developer drin. Wir haben Developer drin. Einfach Entwickler. Dev Daniel. Sieht auch wie ein Dev aus. Wir gucken gleich Profil an. Blob Kanz. Nimm mal mit. Blob, Alter. Valeria Vampir. Ah, den fühle ich nicht in der Robux-Gruppe. Valeria. War ein Witz. Ich fühle dich absolut. Das Toast. 1, 2, 3, 8. Oha, Bruder. Wen haben wir noch? Red 3 Eddie. Krank. Okay, Leute. Wir checken mal die Profile aus. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Wir gucken rein. Dev Daniel. Junge, der sieht aus wie ein richtiger Entwickler, ne? Der sieht richtig aus wie so ein Entwickler, den ganzen dummen Hut. Aber geiler Pullover. Bruder, Dev Daniel. Feier ich. Amy. Was ist das für ein Standardskin? Bruder, was ist das für ein Standardskin? Beitritt 15.01.2023. Weiß ich ja nicht, ne? Weiß ich ja nicht. Der ist schon ein bisschen länger dabei. Finde ich gut. Valeria Vampir. Boah, du bist ja richtig neu. Alter Schwede. Okay. Das Toast. Junge. Heftige Steinhose. Mhm. Ready. 27.01. 22 Stunden. Ego war er online. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, weißt du was? Dem Dev, Digga. Dem hauen wir mal. Ich supporte dich. Bruder, 150. Amy. Du kriegst von mir heute mal 200. Kleide dich mal bitte neu ein, ne? Kauf dir irgendwas aus dem Shop bei uns. Äh, zeige ich dir gleich, wie es läuft. Ich gebe dir 350. 320 gebe ich dir mit. Erkläre ich dir auch gleich, warum. Amy. Du musst dir einmal, du musst ein Komplett. Du brauchst einen Komplett neuen Look, Bruder. Blob Kanz. Du brauchst einen Komplett neuen Look. Digga, Friese, Gesicht, feier ich. Aber geh in die Gruppe. Geh in die Gruppe in den Shop bei mir. Ja? Und hol dir mal vielleicht die Pants hier. Und vielleicht den gelben Original-Denomy-Polli. Sieht gleich krasser aus. Und da ist Gummibusch. Mit einer 5-Euro-Dono am Start. Dankeschön, mein Bester. Cool, es geht raus. Das ist der Dono des Tages. Generelle Frage, wie kann ich den Dono verarbeiten? Aber wenn das deine erste Donustage ist, ist es okay. Privatserver kann man nicht joinen, außer ich stelle es an. Ich will gleich mein erstes Game alleine machen. Amy, wo bist du? Amy, wo bist du? Kleide dich neu ein, bitte. Ich schicke raus. Kleide dich bitte neu ein. Wir gehen rein. So. Ruhe. Ab zu Bob. Es geht los. Wir machen später Verlosung. Ich mach euch einen Deal. Okay, ich mach euch fett einen Deal. Pass auf. Pass auf. Verlosung bei 500 Likes. Fangen wir heute mal entspannt an. Machen wir mal erst mal entspannt. So. Wenn ihr die habt, dann können wir noch mal reden. So. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann machen wir später noch mal. Aber erst mal 500. So. Und jetzt gehen wir rein. Ich bin sehr gespannt. Ich brauch hier noch Musik. Hallo, wo ist die Musik hier? Nee, passt nicht. Ah. Auf geht's, Leute. Also, der Hardcore-Modus ist wieder unser bester Freund. Bin ich gespannt. Wir werden dieses Mal nicht so viel einsacken. Wir werden dieses Mal eher spielen auf Items. Wir wollen Items haben, Leute. Und dementsprechend... Junge, was geht denn bei dem ab? Rush, Junge. Hä? 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 Shit. Was ist da passiert? Chat? Hashtag Scam in den Chat. Hashtag Scam in den Chat. Bro, wenn ich meine Sachen jetzt nicht wiederkriege, bin ich richtig tild. Oder sind meine Sachen da? Sachen sind da. Egal. Ich werde das als Spielfehler... Okay? Passiert. Sag ich nix zu, Digga. Leckt halt wie Hund. Junge, das leckt ja anders. Das leckt nicht wie Hund. Das leckt richtig. Alter Schwede. Junge, bockt ja gar nicht. Wir müssen durch. Wir müssen heute Bobby besuchen, ne? Okay, ich hau Pillen rein, Alter. Ich hab mir direkt gegönnt. Hoffentlich kein Jeff heute, ne? Gar kein Bock auf Jeff. Sechste Tür. Puh. Achte Tür. Haben wir. Gut avoided. Passt. Also sind erstmal am Start. Ich bin so gespannt, wie das heute mit Bobby hier wird. Bob soll irgendwie einen heftigen Jumpscares haben. Der ist wohl anscheinend richtig krass. Lass mal sehen. Mal auf hier. Leute, normale Stores für mich einfach mittlerweile so langweilig, ne? Ich find Hardcore-Doors schon geil. Bin ehrlich. Wem geht's ähnlich? Wer spielt das normale Doors nicht mehr, Einsen-Chat? Hardcore-Doors viel geiler. Oh, Bruder! Jeff ist hinter mir! Schlecht. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Ist er noch da? Ist Jeff tot? Bro, was geht hier eigentlich? Okay, ist doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Pflaster genau. Er war noch da, Junge! Wo willst du ganz hingehen? Willst du nach Meppen gehen? Folg mir doch einfach nach Hause, Bruder! Komm mit nach Hause zu mir! Los! Folg mir nach Haus! Kommst du mal nach Haustür! Dann hau ich dem eine rein! Ah! Danke für 2,02 Euro an Age of Fist! Danke nochmal für 1,01 Euro an Age of Fist! Bruder! Bruder! Wo läuft... Wo kommt der hin? Komm mit zu... Komm in den Studio, Jeff! Komm rein! Oh! Oh! Ich würde doch nur Bob besuchen, weißt du? Dann erstmal werde ich da aus dem Schrank rausgescampt. Keine Ahnung, was das war. Also Leute, das war ja absoluter Scam. So. Und dann das. Hä? Nicht mal Schilds bekommen, nix. Gar nix war im Schrank. Einfach nix Loot. So, ey Bro. Heute kein Loot für dich. Aber lass Jeff reinlassen, okay? Chad, wer hat den reingelassen von euch? Wer hat den ins Hotel reingelassen? Sag jetzt! Wer war das von euch? Ich weiß das! Chefkoch, Momme. Dragonheart. Dadofan. Ihr alle wart das? Ihr habt den alle reingelassen? Guck. Hier. Was ist das? Geil. Genau so fängt das nämlich an. So. Und nicht, äh, gar nix. Was ist das? Ihr wart safe locker vorher schon hier drin. In der letzten Lobby. Ne? Und habt ihr manipuliert. Ich kenne euch, Chad. Mhm. Ihr Gauner. Gauner seid ihr. Lockeres Ding. Lockeres Ding. Lockeres Ding. Okay. Welche Tür war das? Sechser. Sechser Tür. Was ist das denn hier? Über die Glasscheiben kaputt oder was? Scam. Siebener, achter Tür jetzt. Und so eine Achtertür rein. Ich will doch noch Bob besuchen, weißt du. Dann kommt ihr hier an und macht hier richtig Thea-Ladust. Oh Gott. Ah, ja. Okay. Okay. Interessant. Zehnte Tür. Wir müssen erst mal weitergehen. Aber ist ein Konzentrieren, muss ich mir nebenbei auch. Weil die Entities, ähm, die haben ja heute Tag der offenen Tür, wisst ihr? So, die können hier rein und raus. Mann, Screech, verzieh dich! Ist Screech hier irgendwo im Chat, wenn ja? Bruder, ich bann dich. Ich bann dich raus. Screech, wenn du einmal im Chat jetzt reinschreibst. Ich bann dich raus, Bruder. Elfte Tür. Wo ist er? A120 schon gesehen im Chat. Wo ist er? Wo ist Screech? Ich bann den. Richtig wütend. Eis hier drin? Denno, bitte kill mich nicht. Rush auch schon hier drin. Screech! Ich könnte. Ich könnte jetzt. Bro. Ich könnte dich so raus spannen. Mach keinen Ärger mehr, Screech. Sonst bist du weg. Alle Entities bann ich raus. Alle. Einfach so. Muss Chat kurz wieder machen. So, passt. Witz in der Tür. Okay. Okay. Wer hat Emble schreien gelassen? Wer hat Emble schreien gelassen? Ey, nee, ne? Emble ist auch im Chat. Emble schreien auf oder ich muss nicht bannen, Bro. Oh, man. Nervt doch nicht. Mach hin, ne? Oh, der Schrank, der hat's auch richtig eilig, ne? Der Schrank hat's doch richtig eilig. Sind da Dornen drin oder was? Schlimm. Emble, hör auf jetzt. Sonst bannen. Emble, sonst bannen. Gleich ist es soweit. Gleich ist es soweit. Der ist gleich raus, Leute. Der ist gleich raus. Der ist gleich raus. Aus dem Chat. Bro, das ist jetzt das siebente Mal. Es reicht. Emble. Mann. Geht doch. Oh, der hat auch... Der hat so keine Hob... Aha. Der hat so keine Hobbys, Mann. Screech, willst du mich jetzt auch noch trollen oder was? Screech, willst du mich jetzt auch noch trollen? Es reicht. Dreimal, Junge. Die Entities, Digga. Heute gar kein Bock. Gar kein Bock, mal andere zu nerven. Nur mich. Heftig. Warum ist ja alles dunkel jetzt? Tür 17. Reed, verzieh dich, Junge. Ich mag auch gar keiner, Digga. So, was haben wir hier? 19. 20. 20. Okay. Ich mach... Ich mach gar kein Auge auf den Eis. Eis, verzieh dich. 21. Nochmal Gold. Ey, ich hab sehr wenig Gold am Start, ne? Sehr wenig. 22. Mach direkt mit Dietrich auf. Gar kein Ding. 23er doch. Moin, bin der echte Jeff. Nein, Digga. Du heißt Jason, YouTube-Bruder. Aber ist cool. Oh, nö, ne? Blaster. 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 Oh, das war richtig knapp. Das war richtig... Ich mach einfach die Tür auf. Das war Greed, Leute. Greed. Je mehr man nimmt, desto größer wird dieses Objekt. Okay, das hat sich erledigt. Denomé. Niemand liked. Ja, Bro, dann musst du dich nicht wundern, dass keine Robux verlost werden. Das ist der Deal. Den Rest müsst ihr machen. Ihr wisst, wie es läuft. Es hat gestern sogar jemand zweimal welche bekommen. Auch sehr selten, aber das gibt's. Definitiv. So, wie sieht's aus? Ich glaub, ich hau mit dem Biggie gleich mal rein, ne? Mein Taschenlamp ist gleich weg. Die Taschenlamp ist gleich weg. Nur Darkrooms auch. Und Screech. Nur am Nerven. Oh, Bro. Ey, das ist so eklig hier drin, ne? Ah, das Game, ne? Ganz schwierige Kiste grad. Okay, Taschenlampe ist alle. Äh, Feuerzeug meine ich natürlich, Leute. Was können wir hier jetzt machen? Möglicherweise hätten wir den Schalter noch auf der Seite. Nerven nicht. Hier auf der Seite ist keiner. Schalter ist hier drin. 100% Safe Call. Wie alt bist du, Charlie? Ich bin 27. Es ist mein Job, sorry. Screech, Charlie. Leute, ich find das so cool, dass ich hier ne ganze Clique einfach in Doors-Charaktere umbenann. 4 Entities. Zeitgleich. Ich sag's nur, weil Jeff nämlich wieder da ist. Wo ist er? Ich hab so wenig Leben. Guck. Guck. Was soll ich da machen? Bro. Zwei Entities in einer Tür. Haben die das Spiel noch schwerer gemacht? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich bin gerade wach. Geil. Richtig geil. Er ist ausgerutscht. Er ist ausgerutscht. Er wird mich bis nach unten verfolgen. Ja, Bro. No Chance, Alter. Das Spiel ist ja richtig schwer geworden. Heiliger. Ja, Jeff war die ganze Zeit hinter mir, Leute. Er scheint Speedhack an. Ich hab auch nicht eine heilige Granate gefunden, ne? Ich weiß nicht, was da los ist. Ich muss nochmal zocken. Es ist echt sehr krass, wie schwer das ist. Ich hab seit zwei Wochen nicht gezockt. Und ich muss schon sagen, das Game ist schon gut schwer geworden. Ist schon gut schwer. Ich glaube, du brauchst mehr Leute. Theoretisch schon, ne? Gamingblitz. Last Try. Da machen wir Community-Runde. So ein Ding wird das. Letzter Versuch. Sonst Community kommt. Und hilft. Machen wir so. Meldet euch schon mal Discord. Ich bediene mich gleich der Denno-Army. Denno, es tut mir leid, Jesse. Jetzt heißen sie alle. Ich hab halt nur noch Dorst-Charaktere als Zuschauer, ne? Was ist das denn? Ey, Denno, ich hab die auseinandergenommen. Ja, war einfach krass Eis. Halleluja! Halleluja! Yes! Endlich! Weißt du, wie ich mein? Es ist Dorr 2 gewesen. Dorr 2. Und einfach... Laser. Hä? Was macht Eis denn da hinten? Ist der dämlich? Wer kommt denn da? Ich bin aus den A-Dors. Hä? Total gut. Oh, wir haben zweimal Tabletten bekommen. Dann nehmen wir die doch direkt mal. Nice. Wer hat die Balanschale dahin gelegt? Direkt trinken. Direkt. Trinkt das mal. Okay, das war El Gopino möglicherweise. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Laufen erstmal einfach straight durch. Kopf gesenkt. Einfach vorbei. Zehner Dorr. Da ist jetzt erstmal alles dunkel. Ich glaube, ich sollte das halt lassen, die nächsten Türen immer aufzumachen. Zehnte Tür. Was ist da denn drin? Eis, was machst du da? Wolltest du da pennen oder was? Okay. Wir gucken weiter. Zwölfer Dorr. Leute, sollen wir heute mal wieder eine Zwölferrunde Doors machen? Eigentlich hätte ich Bock dafür, nochmal extra einen Stream zu machen, ne? So, eine Zwölferrunde Doors, die ist einfach Chaos. Bro, die ist Chaos des Jahres. Okay, warte mal. Ich schnapp mir das Ding. Fünfzehn. Trink. Trink. Trink doch. Mann. Sechzehn. Oh, wieder so eine Kellertür, ne? Die Kellertür nerven halt am meisten. Da drin ist kein Schalter. Das heißt, der muss hier irgendwo sein. Da weiß ich, wo er ist, auf der linken. Ja. Ich kenne alle Schalterpositionen mittlerweile auswendig. Greed ist drin. Hi, Greed. Och, nö. Nein, warum denn schon wieder? Greed, was? Hä? Warum ist denn jetzt noch Greed hier drin? Leo, dankeschön für zehn Euro. Warte mal ganz kurz. Ich habe mit Greed zu tun. Nervt mal nicht. Gerade Dolo reingekommen, Bruder. Er schreibt nicht mal was, ne? Leo, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. Ich würde vorschlagen, das ist der richtige Weg. Okay, machen wir den einfach mal auf. Also, so viel in den Dark Rooms chillen, gar nicht cool. 19er Door. Wie lange machst du schon, YouTube? 2020, Bro. Aber so richtig erst seit 2021. Oh, das war ein bisschen sehr knapp. Aber ist cool. Okay. Wir sind jetzt wieder in einem sehr geschmeidigen Raum. Greed schreibt, ich werde dich kriegen. Wer war er? Wer war er? Ganz komischer Sound. Bei uns läuft es momentan echt gut. Also, wenn Jeff kommt, mach ich den kalt, Leute. Welche Door war es? 25. 26. 26. 27. 27. 28 Denn ich kann auf den Discord drauf Gerne mit den Mods absappeln Mein bester Ich geb alles Blaue Cola, ich geb alles Oh Noch eine zweite heilige Granate So Eis, wenn du jetzt gleich nochmal kommst Ich schwöre, ich spreng dich weg Ich spreng dich weg Ich mein's ernst Eis, dann war's das mit dir Oh, wir haben Biggie Sehr geil Was war's? Ich hab gesagt, ich tue's Dreckschwein, sei froh Uh, das klingt nicht gut für Eis, ne? Der sehe ich genauso Sag ich, wie's ist Es geht los Ich hab jetzt ein dickes Duell mit Sieg erstmal Mag ich Sieg? Weiß ich nicht Sieg, Digga, probier was du willst Aber gar kein Ding für mich bist du Gar kein Ding Okay, wir ziehen direkt durch 34. 35. Ah, Sieg machte Trouble Aber gar kein Ding Sieg, du bist zu langsam, Bruder Du musst ein neues Auto kaufen Ich glaub, Motor ist kaputt Sieg, ich glaub, der Motor von deiner Karre ist RIP Bruder, wo bist du? Du bist ja noch ganz woanders Leute, der brezelt noch Afghanistan Weiß nicht, was das soll Du bist viel zu weit weg, Bro Jo, alles klar Eis, alles klar So, reicht mir Bro Also Eis, Digga Minimal nervig Müssen wir auf die 41 gehen, ne? Ja Siehste Wer schreibt hier 40? Blabla KIs Blabla, ne? Weiß ja nicht Ob du hier grad falsche Info geben wolltest Ich hab das Gefühl Er wollte mich alle Rippen sehen, Mann Ich will doch nur Bob besuchen Was ist das jetzt hier schon wieder? Auf einmal der Schleier des Todes gewesen? Hier ein 40er-Dorf Wir sind fast da 45er-Dorf Ich will nur bis Tür 50 kommen Wir wollen jetzt nämlich den Jump Scammer reinziehen Bin sehr gespannt 46 47 Nerven nicht So, machen wir mal Tabletten Sammeln wir noch ein Eigentlich brauchen wir das Zeug eh nicht mehr, Leute Na, Greed? Was ist los? Willst du mich mal naschen, oder was? Nix 48 Die Schlauze voll von dir! Dreckschwein! Das war's! Ice Dead Was wäre denn Oh no Das hätte ich gern noch probiert Was wäre denn, wenn wir Eine heilige Granate Im Jeff Shop zünden? Hat das mal jemand getestet, Leute? Hat das mal jemand getestet, Leute? Heilige Granate Im Jeff Shop? Also auf jeden Fall Ist Finger jetzt dead So, das Das ist ja schon mal gut Dann haben wir jetzt ja erstmal unsere Ruhe so, weißt du? Ist auch nett Haaaah So sch- Dann werden die der Balan da hingepackt Wer war das? Du kriegst Jumpscare von El Gobino Äh, äh Nein, Digga Safe nicht Ist eh alles fake Ist eh alles fake Ich hör hier nichts Gar nichts mehr Denno Warum? Leute, Finger schreibt Warum ich ihn umgelegt hab Ja, weil du nervst Du nervst Du bist schlimmster Charakter Im Spiel Weißt du? Finger ist der ohne Freunde In Dors Finger ist halt echt der Typ ohne Freunde In Dors So, paar Bücher haben wir auf jeden Fall schon mal eingesammelt Die haben mich da liegen lassen Ich kann nichts dafür Ja, sogar die Banane Gibt es jetzt im Chat Also, ihr macht mich fertig, Leute Ihr macht mich fertig, Mann Ich bin mal gespannt, was gleich mit Bobby da passieren wird Ich freu mich schon richtig drauf Auf den Jumpscare Das wird mega Ja, Green, entspann dich mal So Was ist das denn hier für einer? Bin ich das? Glaub nicht Sieg ist sein Freund? Weiß ich ja nicht Okay Bücher sind sehr nah Wir haben nochmal ordentlich was abgeschmatzt Diesmal bin ich auch relativ gründlich Okay Sieht gut aus, oder? So Dann lesen wir uns mal den Plan durch Null Zwei Zwei Null Eins Null Zwei Null Eins Okay Was haben wir noch? Sieben Eins Sechs Sieben Eins Sechs 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 Sieben Eins Sechs 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 Warum muss man hier 666 eingeben? Leute, warum sind diese Zahlen in diesem Code? Warum sind die Zahlen hier in diesem Code? Oh, ich sehe gerade. Wir haben 500 Likes geschafft. Leute, da machen wir natürlich eine Verlosung. Ist klar. Okay. Er beschwört etwas. Ich habe gar keine Ahnung, was jetzt geht. Aber erst mal verlosen wir. Verlosung bei 1000 Likes. Machen wir die nächste. Jetzt verlosen wir auf jeden Fall auch. Schreibt eure Nicknames gerne mal kurz rein. Ganz kurz. Und dann gehen wir weiter zu Bob. Alle, die in der Teamdenome-Gruppe sind, sind berechtigt. Ihr unterstützt solche Aktionen, indem ihr was aus dem Shop kauft. Dieser Pullover kostet bald 100.000 Robux. Danach. Also, der bleibt nur für den April 10.000. Nur für den April. Fledermaus. Ich nehme dich mal kurz mit rein. Wir machen 3. 500 Likes. Netter Anfang. Machen wir auch mal 3 hier auf ganz schnell einem. Adora Bella. Wird nix. Max 3 Darker. Ein Gurkenwasser. Oha, der sagt mir was. Der hat auch kräftigen Pullover von mir an. Müssen wir mal reingucken gleich. Messy King Beste. Du bist kein Mitglied der Gruppe. Bro, du wärst jetzt dran gewesen. Aber leider kein Mitglied der Gruppe. Best Friend. Iiih. Du bist noch zu neu in der Gruppe. Du musst noch ein paar Tage warten. Jo, Jonas. Das hat geklappt. Ich guck mir mal die Profile an. Was geht bei denen? Fledermaus. Stabiler Charakter hier oben. Da sieht man nix. Lädt wieder nicht. Gurkenwasser, Junge. Was geht bei dir ab? Ja, der ist entspannt unterwegs, ne? Ich, Junge. Ganz kurz. Ich feier seinen Flair. Ganz ehrlich, Leute. Ich feier seinen Flair. Der sieht krass aus. Und er hat den Nomi VIP Pullover. Gurkenwasser. Oh no. Oh no. Warte mal. Ich glaub, die Namen sind gleich weg. Nein. Die Namen sind gleich weg, oder? Dammit. Warte. Ich ruf sie mal einmal auf. Genau so macht man das. Perfekt. Ja. Die Namen wären nicht gespeichert gewesen. Also, Fledermaus. Fangen wir bei dir an. Dann gehen wir mal zu Gurkenwasser rüber. Und dann zu Jonas. Den gucken wir uns auch gleich nochmal in Ruhe an. Also, Fledermaus, Leute. Was sagt ihr? Was kriegt der? Was kriegt der? Wie viele Robux kriegt der? Wie viel wollt ihr dem geben? Chat. Wie viel? Chat, wie viel Robux? 380, 200, 100. Boah, Digga. Also, denk dran, ne? Er hat Lami Army Pullover. Er hat Lami Army Pullover. Kein Denomee Pulli. Minus 0. 1. Ja, Bruder. Hättest du ein Denomee Pullover? Wäre krass. Ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Lami Army? Mh, schwierig. Also, ich, ich. Ja. Also, ich sag mal, Bruder, mehr als 20 Showbugs wäre das heute nicht, ne? Ah. Gurkenwasser. Junge, was kriegt der? Er hat heftigen VIP-Pullover, heftige Hose, geile Schuhe. Junge, auch seine Friese, Digga, alles matcht. Sehr krass. Wie viel geben wir denen heute? Ich, ich, ich finde, der ist wild unterwegs, der Junge. 300, 250, 500, 500. Bist du, sag mal, bist du besoffen, Sandra? Bist du besoffen? 500.000? Ey, entspannt euch mal. Agurkenwasser, du hast schon heute Richt-Drip, ne? Du hast Richt-Drip. Mach mal 300. 100. Wie viel kriegt Jojo, Jonas? Jojo? Hm. Ja, ich sag mal, ist okay, Digga. Du hast ähm, ja. Entspannte Hose. Jonas, Digga, sehe ich so bei 100. Jonas bei 100. Die hauen wir erstmal raus. Wir gucken später nochmal rein, ne? 1000 Likes, Leute. Nächste Hürde, dann machen wir es nochmal. Dann gucken wir uns auch die Profile an von den anderen. So. Jetzt will ich aber sehen, was bei Bob erstmal passiert. Seid ihr bereit? Ich mach extra laut. Bin ich gespannt. Musik. Jojo, Eis ist aber einfach zusammen. Nee, ne? So. Können wir mal die Musik hier... Ja, reicht doch jetzt. Wir gehen zu Bob. Ey, Bob, was geht? Bob, Bruder. Was ist das denn? Bob, Alter! Da muss er ganz dringend los. Er hat echt Jumpscare gehabt, Leute. Ja, zum Glück kann ich mich wiederbeleben. Gauner! Junge, gib mir mein Stuff wieder. Leute, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht, ne? Aber Wer ist aus der Community Bob? Nur mal ne Frage. Wer ist von euch Bob? Das ist so rare first try. Echt? So rare ist das? Soll ich nochmal probieren? Wenn du sagst, ist es rare, Digga? Ich probier nochmal. Nichts passiert. Cheatcode kaufen, Denno. Hast recht, Alter. Oh, Junge. Heilige Granate. 400 für den Skeleton Key. Kruzifix. Ey, kein Cheatcode. Ich weiß, was wir holen. Digga. Wir gehen jetzt auf Monsterjagd! Meine Freunde, wir werden jetzt Monsterjagd in Hardcore-Doors. Und mit dem Kruzifix bin ich gespannt, wen wir aufhalten können. Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, mit dem Kruzifix ist man in der Lage, jede Entity, jede Rush El Gobino Entity oder sonst wen aufzuhalten. Das werden wir jetzt probieren. Ich bin sehr gespannt. Wir brauchen kein Cheatcode. Ich will nur für die Entities gehen. Ruhig. Geisterjäger, Denno. Ich verbanne El Gobino. Wenn, wenn es geht. Oh, Junge. Wir haben noch eine zweite heilige Granate gekriegt, ne? Heiliger Urinstrahl. Ist das krass. Was ist das? Leute? Ist das ein verglitschter Raum? Ist das ein verglitschter Raum? Ich frag für einen Freund. Verglitschter Raum? Ich frag für einen Freund. Jetzt alles cool. Da kommt was. Eis, Eis, Eis dead. Komm her, 100 gegen 1. Ja, Eis, wo bist du denn, hä? Ich seh dich nicht mehr, Bruder, im Game. Wer kommt? Rush. Ich muss erstmal wieder rein, ne? Wir können jetzt so lange im Schrank bleiben, wie wir wollen. Sehr geil, sehr geil, okay. Dann gehen wir erstmal weiter auf Chillig. 59. Door. Skeleton Key ist auch dabei. Batterien, wichtig, wichtig. Irgendwas kommt jetzt. Ja, wo könnte jetzt der Schalter liegen, ne? Wir haben Small, äh, Trank gefunden, okay. Wo zur Hölle könnte jetzt der Schalter sein? Junge, Screech. Nein. Der beißt mich jetzt. Scam! Oh, eklig, Alter. Ich hab das ganze Gold genommen. Ne, ne? Lass das mal, lieber Bré. Brauch das selber. Welche Entity holen wir uns? Ich will halt Eis nicht töten, sonst niemanden. Ich will eigentlich so eine Rush Entity oder so, so El Corpino würde ich gern banischen. Ich würde echt gerne sehen, was dann passiert. Alter, der nervt aber auch so schlimm, der Screech. Der nervt so doll. Holy mammoly. Im Duke bin ich genauso schnell. Das ist nice. hier, wir sind jetzt oben. Ach, verdammt, ich bin hingefallen. Ich hab noch ein Kruzifix, ne? Uff, ich dachte grad, ich hab's fast eingesetzt. Das wär so ärgerlich jetzt. Mit dem Kruzifix können wir auf jeden Fall ey, Jeff, glaub ich, kann man nicht mit dem Kruzifix töten. Eigentlich nur Viecher, die dich angreifen. Selbst bei Screech geht das nur teilweise. Wir haben noch ne heilige Granate, Leute. Eis will heute richtig aufs Maul, ne? Eis, siehst du dich mit ne heiligen Nate? Modern Warships Player 15. Danke für einen Euro, ich hab's grad gesehen. Vielen Dank, Bro. Oh, noch ne heilige. Noch ne heilige Granate. Unmöglich, Chad. Unmöglich. Noch. Er ist tot! Ich hab Ambush gekehlt! Komm doch, Junge! Ich zieh dich! Bamm! Bamm! Halleluja! Weg! Profi, Digga! Der Profi! Einfach so! Komm doch! Ich hab genug Sprengstoff für euch alle! Kein Ding! Ich hol mir die! Was denn? 1-0! 1-0! Für mich! Für uns! So! Jetzt können wir erstmal ne Runde chillen! Digga, sind die stressig, die Viecher, ne? Die nerven ohne Ende! So, machen wir erstmal den Schrank auf und besorgen uns mal ein bisschen Moneten. Also, den hab ich ja gerade, ihr müsst euch vorstellen? Ambush, Digga! So! Ambush! So! Pfff! Buh! Buh! Dann komm ich! Weißt du? Nate geklingt! Und rein! Weißt du, ich mein? Nix! Nix! Der kann machen, was er will! Der kann machen, was er will! Dead! Das war's für ihn! Das ist aber auch einmal mal ganz easy am Start! Weißt du? Lockeres Ding! So, und jetzt erstmal lockere Musik! Der ist aber gar keine lockere Musik! Mach mal! Joa, das ist locker! Gut! Wir sind wieder im Film! Wir haben noch Nix! Jede Menge Granaten! Oh! Eddie, Dankeschön! Für 12 Euro! Für Eddie! Machen wir mal Lärm, Leute! Hashtag Eddie! Dankeschön, Eddie! Was für ein Stream, ey! Ich muss sagen, als ich das Ambush da gerade rausgenommen habe, sehr big gewesen! Ich hatte aber auch gar keinen Bock jetzt zu warten, Mann! Ich bin ehrlich! Vorsichtig! Was passiert, wenn wir Seek banischen? Was passiert, wenn wir Seek in seinem Auto banischen? Man kann mich nicht verbannen, schreibt Jeff. Kannst du mal einen Bug auslösen, damit ich dich kriege? Glitch Doors, ne? Bruder, ich glaube, du bist hier gar nicht drin. Bist falsches Game, Bro. Seek mit Crucifix, könnte interessant werden. Machen wir im Notfall, Freunde. Das ist der Deal. Im Notfall, aber ich habe eigentlich echt genügend Tabletten am Start, ne? Oh. Bruder, ich nehme direkt. Seek kommt jetzt doch mal mit Kacke. Eigentlich auch komplett entspannt, das Ding. Puh. 78. Ich will unbedingt noch El Gobino finden. Ich habe das Gefühl, dass die Entities nur bei den ersten 50 kommen. Komm doch. Kommt El Gobino und so weiter noch? Bitte fahr ihn um. Ey, sag mal, Yi-Chan, ne? Was ist das denn? Ich habe noch eine heilige Granate. Eventuell können wir Feger am Ende sogar killen. Freunde, das wäre der Ultra-Move. Das wäre der Ultra-Move. 81er-Dor. Jetzt will ich es aber auch irgendwie noch schaffen, ne? Irgendwie will ich das Game jetzt aber auch irgendwo noch schaffen. Wir sind zwar auf der Jagd auch gerade. Oh no. Oh no. Ich weiß nicht, welche Tür das war. Die Tür ist auch RIP, oder? Welche Tür sind wir rein? Ich bin mir nicht sicher. Oh, was wäre, wenn... was wäre, wenn... was wäre, wenn wir Dupe töten? Ich muss kurz gucken. 82? Digga, niemals waren wir... Oh, nö, ne? Ich glaube, 82 ist es. Ihr sagt 83. Ihr seid euch so sicher, dass es die 83 ist. Ambush sagt die 82. Wenn er das sagt, dann traue ich ihm nicht. Ich nehme, ich nehme das kurze Fix mit. Ambush, du kleiner Ga... Ich dachte gerade, da wäre Jeff gewesen. Ambush, du wolltest mich nämlich gerade straight umboxen, ne? 83. Sind wir rein. Ist ja nochmal okay. Ich nehme mir mal einen Vicky. Wir gehen durch die 84. Haschenlamp ist gleich leer. Haschenlamp ist gleich leer. Ich nehme Kerze ab jetzt. Ich musste ihn banischen. Ich musste es tun, Leute. Ich musste es tun. Keine Chance. Ich wäre nicht durchgekommen. Ich wäre tot. War eine gute Reaktion oder nicht? War eine gute Reaktion oder nicht? Ich musste es tun. Ich wäre sonst dead gewesen. Ich habe im letzten Moment gezogen. der war zu schnell unterwegs. Ich habe genug Dietriche. 87er Dorr. Ich hätte mir gerne eine kurze Fix aufgewartet, um einmal durchzusprinten. Wisst ihr? Aber leider klappt nicht. Ich habe nicht schnell genug gekriegt. Der ist kann noch ein zweites Mal. Tür 88, sehr bitter. Aber wir haben den Jumpscare von Bob heute rausbekommen und das war mir persönlich wichtig. Mir wurde noch ein Video zugespielt. heute sollen wir noch mal kurz auf Rainbow ne warte Garten auf Bamben aber sie sind Mädchen geworden Reaktion. Habt ihr Bock drauf? Sollen wir uns das Video noch mal reinziehen? Weil dann würde ich es jetzt noch mal anmachen ansonsten gucken wir uns das wahrscheinlich morgen an. Wir können das Video gerne noch mal reinzippen. Ich kann nämlich nicht mehr so lange, Freunde. aber würde das dann natürlich noch einschieben. Ich habe heute keinen längeren Stream vorgesehen, weil natürlich meine Woche jetzt nach dem Urlaub sehr stressig geworden ist. Aber wenn ihr sagt so ey lass heute noch mal ein bisschen reingucken lass mal reinziehen was ist denn das hier? Dann machen wir das. So. Komm. Wir gucken rein. Oha! Ey! Wer ist denn der coole YouTuber? Oh Mann! Der Oha! Voll krass! Habt ihr den schon abonniert? Der ist ja voll gut! Okay Moment. Garten of Benben Bad Girls. Wir sind jetzt bei GameTunes auf dem Kanal. Ich schaue mal rein. Das ist ein Video vor zwei Tagen. Ich bin sehr gespannt. Und irgendwie verwandeln die sich in irgendwelche Weiber. Wir wollen mal sehen was jetzt passiert. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal ganz kurz. müssen wir noch mal von vorne machen. Ich will einmal den Ton anpassen. Okay. Garten of Benben. Aber sie sind Girls. Oder sind wir auch schon? Irgendwas stimmt da anscheinend nicht. Wir sind hier an der Maschine. Irgendwie basteln die da rum. Aber man weiß nicht wer. Ein Strahl kommt. Benben wird getroffen und Oder was geht denn da ab? Digga, das sieht auch mal ganz anders aus. Das ist auch mal ein bisschen vorsichtig sein, aber Also das ist doch nicht Benben. Okay, Celine Snail hat irgendwas kalkuliert und die waren korrekt. Celine Snail ist der böse Drahtzieher. Die Mädchen in Garten of Benben machen jetzt alle anderen zu Mädchen. Das ist aber ein bisschen ein bisschen fies, ne? Die suchen nach Nap Nap und Bambelina will Nap Nap jetzt auch zu einem Mädchen machen. Was ist mit Stinger Flynn? Ich bin gespannt, wie Nap Nap gleich aussieht, ne? Da ist er. Und er will sie schnappen, aber sie schlägt ihn zurück. Was passiert jetzt? Er klettert nach oben, das was er am besten kann, Leute. Aber Bambelina meint, sie kann es besser. Sie klettert auch nach oben. Und sie trifft ihn mit dem Strahl. Und er verwandelt sich. Wie sieht Nap Nap gleich als Mädchen aus? Nap Nap Lina? Dinger! Vor dem Charakter hab ich ja so ne Angst. Bro, wie sieht das denn aus? Und jetzt suchen sie... Oh, Captain Fiddle. Captain Fiddle muss auf jeden Fall auch noch zu... Leute, ich sag euch, Captain Fiddle sieht locker so dumm aus. Das wird der stinkigste Charakter von allen. Opilla Bird versucht ihn auch irgendwie zu schnappen, schießt noch ein bisschen daneben, aber der kann ja eigentlich nichts anderes wie laufen und ein bisschen im Sand buddeln und so, ne? Ja. Er hat sich fast versteckt, jetzt ist er eine Sandburg. Sie schießt eine Kanone auf die Sandburg und er wird rausgeschossen. Und das war's. Jetzt verwandelt sich Captain Fiddle auch. Ich hab gesagt, der sieht 100% scheiße aus. Ich hab's euch gesagt. Digger, guck dir den mal an. Also Bro, Captain Fiddles als Mädchen, dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist so kräft. Digger, gut. Oh, man, wir gucken weiter. Ja, also Bill hat ihren Job erledigt. Also Captain Fiddles maximal hässlich geworden. Das oh, ich wär auch, ich wär jetzt an seiner Stelle wär ich richtig sauer. Frauen sehen ja, Frauen sehen ja auch nicht immer besser aus als Männer. Es gibt ja auch manchmal so, dass Männer so besser aussehen. Ich sag jetzt einmal bei der Feuerwehrkleidung, wahrscheinlich sehen Männer öfter besser aus als Frauen. Also es gibt auch Frauen, die damit gut aussehen, aber wahrscheinlich Männer öfter. So, der Captain Fiddles ist ein Beispiel dafür, dass der als Frau halt ziemlich hässlich aussieht, so, aber halt als Mann. Und ich fand jetzt eben zum Beispiel bei, ähm, wer war der zweite, ich muss mal kurz gucken, der Neb-Neb, da stand das wieder so als Frau. Da fand ich, passte das besser. Da sah er als Frau auch gut aus. Aber das, Bro, aber das, schwierig auch irgendwo. Selene Snail wollte den Ban-Ban-Kreaturen eine Lehrstunde erteilen. Und Selene Snail hat nicht nur die Schönheit, sondern auch das Gehirn. Sie ist also schlauer als Ban-Ban und vor allem schöner. Tja, die Ladies haben jetzt hier ihren Job erledigt. Aber was für Stinger Flint zum Beispiel? Was ist mit Jum- Stell dir vor, Jumbo-Josh. Ey, wie sieht Jumbo-Josh als Mädchen aus, ne? Junge, das, bitte lass es noch passieren. Und der Kindergarten war immer irgendwie so ein Jungs-Club. Die Jungs von den Garden of Bellmen haben die Mädchen immer ausgeschlossen und gesagt, hey, sorry, ihr könnt nicht mitspielen, ihr könnt hier nicht mitmachen, das nicht mitmachen. Und ich glaube, die Ladies haben sich deswegen so ein bisschen, ähm, ja, ausgegrenzt gefühlt, weil ja mehr Männer einfach da sind oder mehr Jungs, ne? Das, das muss nicht sein. Das ekligste Sandwich aller Zeiten und die haben das natürlich gegessen. Oder? Zehn Dollar, dass Nap Nap das Sandwich isst und er hat's gegessen. Und dann kam auch Piller rein, aber, ja, das ist auch schwierig. Ey, ganz ehrlich, welches Mädchen sagt, ich geb dir ein Zehner, wenn du ein ekliges Sandwich isst, ne? Das macht man halt nicht mit seiner Freundin so, ne? Das machen halt Jungs. Ey, ich hab immer einen Eistee mit Chili-Pulver, Nutella, alles Mögliche reingemixt. Weiß, was ich mein. Und hab mir da volle Breitzeite gegeben. Das hätt ich nie mit einer Freundin machen können. Die war immer so, lieber Basketball spielen, lieber auf Chili machen. Die haben mit Jungs immer nur ekligen Mist gebaut, ey. Das ist halt auch so ein Jungs-Ding. Jungs und Männer leben einfach kürzer, Digga. Fakt. Das ist einfach auch mal Fakt. Oh, ist das Kamera? Oh, Steve, 1106, Junge, du warst ja ewig nicht mehr da. Danke, Asa, für dein T2-Sap, Bro. Oh, ich freu mich, dass du dabei bist. Komm, Steve, ich mach mal ein bisschen Lärm für dich. Dankeschön. Schön, dass du dabei bist. Ja, weil die halt immer ausgegrenzt wurden, ne. Haben die anscheinend Hass entwickelt. Und Slow Selene kam dann zu Banban irgendwie. Und sie war sehr beeindruckt, immer von den ganzen Experimenten, die er gemacht hat. Und alles Mögliche, was er da halt so geschaffen hat in seinem Labor, ne. Und Banban hat sie halt abgewiesen, ne. Er sagte halt zu Slow Selene, du, meld dich mal lieber bei Banban. Melina, sie passt eher zu dir, ne. Ihr seid Frauen. So, so war das. Und da meint er halt, dass sie nicht so ein Genie ist wie er, ne. Schwierig. Schwierig. Da wäre ich auch sauer, bin ich ehrlich. Weil Wissenschaft, da, da sollte man gar keine Abstriche machen. Steve ist wieder mit Nadoo dabei. Bruder, seitdem ich aus dem Urlaub bin, die Nachbarn hassen mich so sehr. Ja, ich sag euch, es könnte sein, ich kann bald nie wieder streamen, weil ich glaube, die werden mich demnächst verprügeln. Ich bin mir so sicher. Die hören jeden Tag dieses verdammte Ding. Steve, danke erst mal für den Zehner. Moin, moin an dich. Du brauchst dir keine Nadoo da lassen. Ich freue mich aber trotzdem, dass du am Start bist. Danke für deinen Support, Bro. Ja, als sie dann natürlich das... Also, als sie die Problematik erkannt haben, dass die Jungs sie ausgegrenzt haben, sind sie auf die Idee gekommen, also Slow Celine, die ja ziemlich schlau ist, da hat sie sich halt gedacht, ja, ich mach die alle jetzt zu Mädchen, weil dann können wir auch alle gemeinsam was machen. Und jetzt, wo sie Mädchen sind, haben sie keine Bedenken mehr, gegen die zu kämpfen, weil die sich gesagt haben, Männer schlagen keine Frauen, aber weil sie jetzt Frauen sind, kämpfen jetzt gegeneinander. Aber man sieht, die Mädels-Power überwiegt hier. Und... Können wir nochmal auf den Hässlichen eingehen? Danke. Ja, da ist Feierabend. Das war's. Irgendwie ist die Maschine explodiert und alles rückgängig gemacht. Ich weiß aber nicht, warum. Und jetzt sind die Jungs ziemlich sauer auf die Mädels, ne? Nein. Nap Nap sagt sogar noch, hey, wir müssen das irgendwie alles ein bisschen besser hinkriegen, ne? Und Captain Fiddles sieht das ähnlich. Und jetzt spielen die eine Runde Football mit den Mädels. Safe. Okay. Also, Ende gut, alles gut. Und so sind sie gemeinsam beim Football spielen. Aber ich sag ehrlich, also abschließend, Captain Fiddles ist auch echt hässlich gewesen, ne? Freunde, das war's mit einem Livestream für heute. Ich hau nochmal kurz ein paar Robux für euch raus. Schreibt eure Namen gerne rein. Wir machen nochmal ganz schnell auf entspannte Welle. Warte mal, da muss aber nochmal andere Musik rein. Und let's go. Einmal den Namen rein. Ich suche mir jetzt nochmal ganz schnell fünf Leute raus. Ich gucke mir fünf Leute an. 100 Robux und dann gib ihn. Jwin 999. Okay, Digga, machen wir. 20 Kingboy. Wen haben wir noch? Bibi Tina. Bibi Tina 7. Ja gut, machen wir. Wen haben wir noch? Emma Kampmann. Emma Kampmann 2. Mhm. Und wen haben wir noch? Fabrizio LOL 1, 2, 3. Den kenne ich doch schon, ne? So, schauen wir mal rein. Wer sind die? Also, Jwin ist einer meiner Mods. Digga, was ist das denn für eine Hose, Bro? Mach mal deinen Charakter anders. Digga, die Hose ist ja völlig RIP. Jwin, hol dir mal die Demon Pants, ne? Ich glaube, Digga, für 249 die Demon Pants, die könnten dir gut stehen. 20 Kingboy, Digga, richtig DRIP. Okay, man, der DRIP der Junge. 100 aufentspannt. Lexia. Oha. Der ist stabil. Stabiler Charakter. Lexia machen wir 100. Emma. Oh, Emma hat sich ein geiles Outfit rund um meinen Pullover gebastelt. Einer der schönsten, weiblichsten Charaktere, die ich in Roblox gesehen habe bisher. Wirklich sehr, sehr, sehr schön geworden. Emma, dafür kriege ich sogar 200. Und Fabrizio, was geht bei dem ab? Guck dir's an. Der hat sich, das war der Lamy-Charakter gestern. Bro, der hat sich ein bisschen umgestylt. Ey, das fühle ich, ne? Das fühle ich, Digga. Okay, weißt du was? Da machen wir 150 draus. Und Yala, raus geht's. Wie viele haben wir noch? Ich muss mal mal gucken. Ich hab so rausgelassen die letzten Tage. Ah, wir haben noch 44.000 Drobux, Leute. Ihr haut gerne in den Shop immer rein. Da find ich gut. Vor allem, tretet der Gruppe Team Denomi bei. Ich poste sie noch mal in den Chat. Ansonsten sehen wir uns morgen mit einer unglaublichen Garten of Bam Bam Story wieder. Joint der Gruppe unbedingt. Ich hau sie noch mal in den Chat rein. Und nach ein paar Tagen seid ihr berechtigt zur Auszahlung. Und wenn ihr möchtet, guckt gerne in diesen Shop in der Gruppe rein und holt euch einen signierten Pullover von mir. Ich habe diesen Pullover signiert. Das ist mein Autogramm. Diesen Pullover habe ich signiert beziehungsweise diese Jacke und tatsächlich auch den weißen hier. Den habe ich auch signiert. Leute, das war's. Dankeschön fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Deno out.